Yves legt den Spiegel aufs Bett, ergreift die Hand ihrer jungen Schwester und fragt sanft, aber ernst, »Lusette, was ist zwischen dir und André?« Lusette sieht sie aus großen Augen erstaunt an. Sie ist etwas verlegen, aber aufrichtig. »Aber nichts! Was soll denn sein? Ich hab' ihn sehr gern!« Yves streicht Lusettes Haar und spricht warm zu ihr. »Weißt du, dass er mich wegen meiner Mitgift geheiratet hat?« Lusette protestiert entrüstet. »Yves! Er hasst mich, Lusette! Yves! Er hat jeden Abend bei dir gewacht, solange du krank warst!« entgegnet Lusette und wendet sich von ihrer Schwester ab. »Er hat mich zwanzigmal betrogen. Mach seinen Schreibtisch auf und du wirst die Briefe von Frauen bündelweise finden.« Lusette steht heftig auf. Sie ist entrüstet und ungläubig. »Yves!« stößt sie hervor. »Du hast kein Recht! Sieh in seinem Schreibtisch nach!« empfiehlt Yves ganz ruhig. Zugleich wirft sie die Decke zurück und steht auf, während Lusette zurückweicht, als mache ihre Schwester ihr Angst. Mit einem verstockten, fast tückischen Ausdruck schreit das Mädchen wild, »Ich wühle nicht den Andres papieren! Ich glaube dir nicht, Yves! Ich kenne Andres besser als du!« Yves fasst ihre Schwester bei den Schultern, sieht sie kurz an und konstatiert, ohne Heftigkeit, aber mit liebevoller Strenge und leichter Ironie, »Du kennst ihn besser als ich? Ach, so weit ist es schon, dass du ihn besser kennst als ich? Hör mal! Weißt du, was er getan hat? Ich höre mir das nicht mehr an! Ich will es mir nicht mehr anhören! Du hast Fieber oder du willst mir wehtun! Lusette, sei still!« Fast brutal reißt sich Lusette aus der Umarmung ihrer Schwester los und rennt davon. Yves lässt die Arme fallen und sieht der Fliehende nach.